Herzlich Willkommen zurück zu meinem Let's Play Sonic Adventure DX. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wir wurden von Sonic getrennt, nachdem wir mit dem Tornado abgestützt sind. Oder hieß das Stück gar nicht so? Warte, ich weiß auf jeden Fall, dass einer von Tails Flugzeug mit Tornado heißt. Und wir müssen uns jetzt auf die Suche nach einem Chaos Emerald machen. Und ich wusste schon direkt, dass da einer ist. Oh, ein Frosch hat den wegteleportiert. Gut, folgen wir dem Frosch. Hey, da oben ist was. Das war bei Knuckles nicht da. Wir stellen uns mal drauf. Oh mein Gott, der ganze Sand geht weg. Oh nein. Ich komme immer noch nicht rein. Sand Hill Sub Game Ja, wir haben jetzt wieder ein kleines Minigame. Wo ich Kombos kriegen könnte, wenn ich die Tore denn treffen würde. Tue ich aber nicht. Weil coole Leute treffen die Tore nicht. Yeah, wir schleiden hier runter. Wenigstens wird diesmal nicht schneller sein als Sonic. Das war doch im Eis-Level sehr bescheid. Und den habe ich verpasst. Ah, so glückzieht das noch. Naja, ich glaube jetzt wird es was härtert. Jupp. Ich habe mich schon gewundert, wenn da so viele Auswahl ist, woher weißt du dann immer, dass ich richtig fahre. Aber das weiß er gar nicht. Das muss einfach nur in gewisser Zeit immer Tore durchfahren. Ah, okay. Das war das Sub-Minigame. Wir haben ein Emblem gekriegt. Und wir haben den Frosch gefangen. Ups. Und natürlich werden wir jetzt von diesem Licht wieder entführen. Wieder wunderschön als Zelt von dem Licht entführt? Ich dachte, ich war in einem Deser. Ich frage mich, woher bin ich. Nein, anscheinend noch nicht. Okay, wir können hier ein bisschen herumgehen. Alles schön Feuer, Feuer und so. Ah, der Tempel kommt uns doch bekannt vor. Und hier haben wir noch mehr von den Kittenhassen. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Ich hatte noch nie Angst in meinem Leben. Gibt es jemanden oder irgendetwas, das mir Angst einflößt? Keine Ahnung, was fragst du mich das? Was soll ich das denn wissen? Ach, das kommt uns auf jeden Fall alles recht bekannt vor. Aber hier hinten scheint nichts zu sein. Gehen wir mal weiter untersuchen. Ja, doch, ich erinnere mich jetzt wieder. Der Witz war. Wir hätten direkt weitergehen können, glaube ich. Wäre ich umgedreht. Oder? Gehen wir jetzt hier durch eine Höhle. Und nach da hinten. Okay, der wird zwar nicht, dass ich direkt umgedreht wäre. Egal, wir können es ein bisschen umgucken. Das sieht doch aus wie Angel Island. Habt ihr Sinn davon, dass da der Weg ja kaputt ist. Das heißt, da hinten wird noch ein bisschen abgebrochen. Na, da passiert noch einiges. Aber irgendwie müssen wir das ja auch in die Luft kriegen. Ich hätte es nur weiß, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Keine Ahnung. Okay, dann war der Witz nicht, dass ich da einmal rumdrehen musste. Das heißt, wir müssen weitersuchen, wo wir auch hin müssen. Aber deswegen können wir uns immer noch freuen, mit Tails und seinem Ja. Ja. Wenigens, er freut sich. Gut, hier ist auch nichts. Vielleicht ist da was. Äh, da steht nur einer. Ähm. Ja. Wie lange bin ich ratlos? Sonst war es immer so, ja, geh doch einfach mal irgendwo hin. Und plötzlich, boom, no, ich bin fertig. Aber jetzt gerade so, äh, nee. Das hat mich auch damals als Kind auf der Dreamcast sehr lange beschäftigt. Wo muss ich denn hin? Das stimmt so offensichtlich und ich bin immer wieder total blind und sehe es nicht. Ja, warte mal. Könnte es nicht gewesen sein, dass ich hier irgendein Item kriegen muss? Oh. Ich versuche, mich gerade zu erinnern. Leider ist meine Erinnerung sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich fliege mal hier oben hoch. Wir kommen auf jeden Fall nicht so hoch, aber dann können wir es noch ein bisschen besser umgucken. Hm. Hm, hm. Wo müssen wir entlang? La, 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 la. Ach, hier ist nichts. Äh. Jetzt sagt es mir schon. Wo muss ich hin? Sag es mir. Hurra, hurra, hurra. Ja, toll. Du hast mir auch nichts. Ach, das ist alles so gemein zu mir. Bring mich jetzt um. Nicht mal umbringen kann man sich hier. Scheiße. Okay, ich gucke jetzt noch mal am anderen Ende. Ich habe nämlich gerade wirklich so das Gefühl, dass ich hier irgendwas kriege, weil ich meine, mich, Tails kriegt irgendwie noch nur eine Feder als Item. Das heißt, das müssen wir ja irgendwo hier kriegen. Ich bin bestimmt einfach nur total blind. Hier oben ist auf jeden Fall nix. Was ist das Rätselslösung hier? Was ist das Rätselslösung? Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja irgendwas hier mit zu tun haben. War er doch mit da hinten? Nee. Ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Ah. Wie lange habe ich dafür gesucht? Stimmt. Du hast den Rhythm-Badge gefunden. Um kontinuue Taille-Attacken zu machen, schau den Aktion-Button an. Okay, wir haben jetzt irgendeine Attacke. Ich glaube, wir können uns jetzt so rollen. Keine Ahnung. Jetzt bin ich mir aber ziemlich sicher, dass wir nach da hinten müssen. Äh, ja. Nein, müssen wir mit. Wir sehen, Tails' Aufenthalt hier ist weitaus länger als die der meisten anderen. Vor allem Sonic, der ja immer so so, Oh, da brennt was. Ich gehe hin, boom, weg. Äh, da vorne ist schon was geladen. Die Servers sind die sieben Chaos-Emerzen. Chaos-Emerzen ist power. Chaos-Emerzen ist power. Chaos-Emerzen ist power. Der Controller ist derjenige, der die Chaos unifte. Aber ich bin noch nicht sicher, was es alles bedeutet. Aber die Nummer 7 ist das gleiche als die number der Emeralds. Oh mein Gott! Entschuldigung, aber ich glaube, ich glaube, dass wir noch nie mit uns haben. Ich bin Tikal. Und du bist? Gut, jetzt wissen wir jetzt, die da heißt Tikal. Weg, Schatz, E.S. RENN! RENN! YIKES! YIKES mit O-Gürtchen übersetzen. Tolle Übersetzung. Wo ist das? Wo? Jetzt, wo war ich? Oh ja, die Chaos-Emeralde! Perfekt! Und das wird meine Tornado 2 hoch und rüber zu fallen! Okay, das schlussend ist wirklich auch Tornado. Okay, das schlussend ist wirklich auch Tornado. Gut, wir machen hier auf jeden Fall einen Scut. Wir haben doch sehr lange nach diesen doofen Item gesucht. Ach, das macht das. Okay, wir haben jetzt sehr lange nach diesem doofen Item gesucht. Also, wir sehen im nächsten Part dann, wie es weitergeht. Bis dann!